Moin hallo und guten Tag zurück hier beim Monster Hunter for Ultimate mit dem guten Victor der im Hintergrund wieder voll am durchdrehen ist. Ja was haben wir heute geplant? Ich würde sagen wir erhöhen mal den Noob Rang oder? Ja wir machen die schnell mal High Rank. Schnell ja das hört sich doch toll an. So wähl du mal die Crest aus. Also eine Rattian war 100 pro aber ich weiß nicht ob wir die gemacht haben. Rattian hat mir gemacht. Hatten wir die gemacht? Ja. Rattian oder Rattalos eins von beiden. Rattalos kommt später das weiß ich. Rattian hat mir geklatscht. Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher. Doch da ich noch gesagt so die ging aber jetzt easy. Wo ich doch gesagt habe von wegen ja warum vergiftet die nicht mehr so krass. Achso stimmt da war glaube ich irgendwas. Ja falls wir brauchen eh nur noch ein zwei Quests. Dann solltest du deine dringende haben falls ihr die nicht schon hast. Keine Ahnung ich hab mal nichts bekommen. Okay. An dieser Stelle muss ich mich aber auch mal bei meinen Viewern entschuldigen. Aus dem Grunde weil ich in letzter Zeit eher wenig aufgenommen habe. Da ich halt auch ziemlich viel mit Jobsuche und so zu tun habe. Wohnungssuche. Ist halt alles momentan sehr chaotisch. Was? Der ist schon da? Beziehungsweise sie? Ja. Viele Monster haben eine Starting Position wo sie also die starten immer bei der Quest genau an der Position. Und zwei also gibt es immer drei ist das häufigste von denen. Keine Ahnung warum ist aber so. Ja bumm. Normalerweise wäre ich jetzt schon wieder vergiftet. So und wir klatschen die jetzt viel schneller weg weil ich habe einen brandneuen Hammer und der ist ziemlich OP. Okay. Du kennst ja den Goa Magala und davon gibt es ja noch eine Chaos Version. Und die haste. Und davon habe ich den Hammer. Also G-Rank Chaos. Der ist ziemlich mies. Hau drauf auf den Schwanz. Auf den Schwanz. Nicht mich. In komiger Weise geht er nicht mehr. Ich wollte schon sagen geht er nicht mehr direkt auf mich los. Ich sollte mal meinen Maler daten. Du weißt was ich meine. Ja ja. Oh oh. Ähm. 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 Nein, 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 nein. Äh. 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 Ich bin vergiftet. Äh. Und ich muss mich mal gerade heilen. Du hast ja hinten alles unter Kontrolle. Jaaa. Hält sich im Grenzen. Aber. Ich kriege ja eh praktisch keinen Schaden. Komm schon. Ja. Das Schreien ist mir scheißegal, weil ich hab Ohrstötze drin. Neben Crestafil. Du hast ihm die Fresse zerknallt. Fuck. Fuck. Jetzt haut's ab. Selbst genug von uns. Niemals. Also es ist immer das Problem. Ja. Man sollte auch immer gucken wo sie genau hin fliegt. Nicht so wie beim letzten Mal, dass wir ja mal die halbe Map am upgrinden sind. Was willst du, hä? Bam. Oh. Wenn wir noch weiter drauf schlagen, fällst du hier durch. Oh ne. Hat sich rausgerettet. Weil wir können die durch das Netz schlagen. I know. Oh. Jetzt bin ich runtergesprungen. Buh. Bueno. Aber die kommt. Da ist Willie an UNC- Schul firefighter. Da steckt sie hier fest. Ja habe ich ja gerade einen shiny drop gehört. Irgendwo aber hier sind ein paar Katzen also da kann man vorher hin AMP durch so sein. diese scheiße ja gut aber kommen wir eh nicht hin weil unten die feline halt sind ok geschafft und ein scheinigung von ihr echt habt ihr aus der luft geschlagen hat hier ein stachel ok ja leute so schnell kann man eine radjahre erledigen innerhalb von nicht mal fünf minuten ja aber freu dich auch später dann dann kommt schwierigere monster ich habe den china die job gefunden ein wirrwärträne ups dein pika ist bei mir unten gelandet ich springe die ganze zeit über die ganzen löcher und sie schockt es nicht oder er sie ist dass ich ob die haben nicht haben ja sollten sie oder denkst du die pflanzen sich über reagenzgläser fort und sind für linie ausgedanken wir müssen neue zusten okay ich habe auf jeden fall ein rätsel amulett gefunden es gibt ein effekt immer auf die rüstung klatschen kann also wenn du amulett finde 15 mal oder 20 punkte drauf hast hast du amulett gott das heißt du kannst wie wenn statt ein amulett findest du gleich mal fünf oder vier oder drei okay ich habe jetzt fähigkeit explosion s plus plus vier schützen schade weiß ich finde immer so gute dinge weisse aber halt nie irgendwie was für mich treffend wäre ja irgendwie so gut wie jeder amulett die ich in rüstungen eingebaut habe sind schöpfer amulett also die seltensten die davor waren echt kaum gebrauchbare drin so nicht lang schnacken kopf in den nacken und quest auswählen ich habe keine ahnung wenn wir kennst du auch mal gemacht das weiß ich andere ist auch mal gemacht naja du müsstest jetzt eigentlich die key quest haben gorma galla also hier hat mir keiner irgendwas zu sagen doch hier der gilt meister der will irgendwas dringende quest ja gorma galla blablabla war ja kam hier am arsch ja dringende quest dunkle flügel dunkle werke nehmen wir doch an ja gorma galla läuft machen wir die 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 sie esi pisi mhm ja kommen low rank ist mit dem chier ok würdest du den irgendwie mit zwei andere würden würdest du das mit zwei oder drei anderen low rings machen da sieht schon ganz anders so aus auch wenn ihr zum dritten oder so wird ja da hast ja schon recht ich meine ich habe es ja damals in der demo gesehen aber in der demo war ja auch wirklich ein eingespieltes team auf gut deutsch zu sagen weil alle schon monster hunter fahren waren und dann hast du halt irgendwann mal so leute zwischen die das ganze spiel versauen ist er wir können irgendwie hat es mir auch nichts ausgemacht gerade doch jetzt schon vielleicht stand ich ja noch zu weit weg ja äh kennst du den effekt nein was ist denn das seiner folge der fühlt sich auf wenn er die attacke macht es ist so ein virus effekt und wenn du also wenn du den effekt hast muss ganz oft drauf schlagen weil wenn du den virus hast und sauf drauf schlägt es gibt so wie ich jetzt ein angrufs boost ok also dann hast du einfach so was wie attack aber wenn du zu lange wartest fühlt es sich automatisch auf und dann hast du drachen effekt oder irgendwie sowas drauf das heißt normalerweise hast du immer so roten schaden der sich regenerieren kann ja schwindet komplett habe ich jetzt ok also das wäre dann so als ob es dann später komplett verschwinden würde dass du den kompletten kannst du mich mal gerade heilen danke also wenn du zu lange wartest hast ja guck jetzt hast du den attack ab weil sonst hättest du sowas mit uns dauern ja ich hab's gerade gemerkt ja renn mich über den haufen die dreck oha oha weg hier weg hier wenigstens ist mein felin so gebrauchbar dass er von automatisch irgendwie in kleinen ticken halt ja machen die oft da hast du schon mehrere feline in deiner sammlung nein nur eine ok weil du kannst dir pro quest ein finden und wenn du mir sammlung hast die haben alle verschiedene effekte ob jetzt kämpfen einen heilen fallen wegen und dann kannst du die wer beten miteinander ich bin tot ich bin fast tot halte ich dann so lange auf mich geht ich habe nichts mehr zum heilen dabei glaube ich hast du keine mitgenommen doch aber ja ich brauche zu spät ich bin gerade ein warte mal dann komme ich im gebiet 1 und dann gebe ich dir paar tränke ja ich muss mir die nachher irgendwie mal zusammenwurschteln du kannst auch ruhig weiter auf den draufklatschen ich nehme den erste hilfearzneimit ok davon sind ja noch genügend da elendes drecks fieder und den habe ich in der chaos version ein paar mal besiegen müssen um sein hammer machen zu können dieser kater zeigt dir wo der stiefel hängt was sind waaaaaah oh ein shiny ja du hast ihn aus seinem wütenden modus rausgekickt war aber nicht absicht ist doch gut er will abhauen auf gebiet zweiter geflüchtete ich habe den shoppen gerade nicht gesehen alles wahrscheinlich 8 meinst du also wenn er bei long rank genau dieselbe route hat wie bei high rank und g weil er geht da immer startet in 3 geht zu 8 und dann hatten wir ihn meistens schon besiegt ich habe immer noch diesen scheiß virus ne das hier nicht gegen den virus helfen null bären also wenn du zufällig welche im inventar hast oder eine null wäre dann geht die hälfte des dinge zurück also ich habe halt nur diesen effekt auf mir drauf also die leiste geht dann zur hälfte zurück den effekt komplett weg kriegt man erst wenn man entweder wartet oder ich weiß nicht eine andere reite entweder wo ist denn der wieder der ist jetzt in fünf macht ein nickerchen ne ane der macht hier oben keine nickerchen er macht einen neuen nickerchen ja aber wie doch gesagt da schläft hier munter am besten so drauf springen ne ane der und woher die tippe jetzt richtig aufs maul weil mich getötet hat bahn ja herrlich also beim monster hunter weißt du wirklich nie was wirklich passiert ja wenn du wirklich alle monster immer und immer und immer wieder machst ja das schon aber man weiß ja wirklich dass beim monster hunter alles möglich ist ne keine quest in die doch vor ja okay und kriegen meine quest noch gebacken ich glaube ich schon ja jetzt musst du erstmal auf JR3 befördert und jetzt müssen wir die anderen key quests machen die muss ich ja auch nur noch einmal klatschen dann sind die weg vom Fenster ja was ist denn das gut so kiki das gehört die selterscreen dann lernst du die einmal auch oh die selterscreen so zack 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 oh okay mein felin hat raserei kristall gefahren hm das ist wegen der nebenquest wenn man monster mit virus besiegt kriegt man kristalle raserei kristall es gibt vier arten davon und die kann man verwenden um seine talismena zu kombinieren das heißt wenn dir welche nicht gefallen kannst sie einfach kombinieren und hast ein neues ok also wisst du bescheid leute einfach raserei kristall beziehungsweise diese raserei kristalle sammeln um zu kombinieren und ja ich würde sagen wir schauen erstmal was hier der gilden meister zu sagen hat meine güte es ist schon wieder getan du bist eine dringende questmaschine hast du etwa die monster bestochen ha war nur ein scherz herzlichen glückwunsch dass du ein schlauer und stärkerer jäger geworden bist blablabla und ja komm jäger haben drei gekriegt ja wie man merkt ich hab nicht immer lust hier alles zu lesen blablabla ja komm hier ah ok was will die jetzt hier nein ich will nicht arena so quatsch die an ja jägerrang 3 wurde ich befördert so zack ok dunkle flügel dunkle flügel dunkle werke ok anscheinend haben wir hier jede menge quests die wir machen können königliche audienz bei ratalos und 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 nichts desto trotz würde ich sagen das und viel mehr nehmen wir uns dann im nächsten part vor und ich würde sagen wenn euch der part gefallen hat schaut doch mal beim victor vorbei der würde sich sicher freuen glaube ich natürlich und ja hinterlass einfach bei uns mal ein paar kommentare und ein paar daumen hoch ich finde unsere videos sind es einfach wert und in dem falle melden wir uns ab und sagen ciao ciao leute